so servus leute und zwar ich war gerade shisha kohle kaufen wir hatten nämlich keine mehr daheim und dann wurde mir hier in youtube dieses video vorgeschlagen vom wetternet der winter ist wieder da der winter ist nicht wieder da der winter schon lange wieder da jetzt war eine woche mal gutes wetter gewesen und gestern nacht war es zwei grad und da kommen die echt auf die idee uns mit zu teilen dass der winter wieder da ist ich glaube die haben schaden wir haben schon halsschmerzen bekommen gestern nacht waren es zwei grad und jetzt hat es gerade 9 grad draußen es pisst ich zeige euch das mal ich hoffe ihr könnt es sehen also es pisst draußen und ja wie gesagt ich habe schon ein bisschen halsschmerzen bekommen dieses wetter macht einen auch übel fertig ich meine diese temperaturunterschiede letzte woche 25 grad eine woche lang und jetzt wahrscheinlich eine woche lang so ein scheiß wetter geben wir uns mal kurz das video hallo und herzlich willkommen zum wetter hier bei wetter.net ja vor einer woche da war der ostersonntag es gab viel sonnenschein unten der spitze temperaturen um 26 bis 27 grad und jetzt heute morgen das hier wie angekündigt gab es in den hochlagen vom schwarzwald aber auch vom harz und vom erzgebirge schneeflocken und hier im schwarzwald gibt es sogar schnee da liegt schnee da oben auf einer höhe von 1000 meter oder so oder höher krasse scheiße mann ja gut aber es ist ja noch april ab nächsten ab nächsten monat soll es ja eigentlich dann ja sommerlich werden aber schauen wir mal das kotzt mich schon an ich habe schon wieder halsschmerzen das ist eine aktuelle aufnahme aus dem schwarzwald und wir sehen es ist weiß geworden so ab 900 bis 1000 meter da gab es dort in den vergangenen stunden niederschläge um die vielen dort meist als schnee und in den niederungen da gab es sogar bodenfrost zum beispiel in worms in mannheim aber auch in wiesbaden da wurden direkt über dem erdboden temperaturen um 0 grad gemessen 0 grad in deutschland das ist das ist sommerlich krass alter der gute ich glaube länger müssen wir uns nicht anschauen auf jeden fall sehr früh darauf gekommen dass es draußen noch immer schlechtes wetter hat ich gehe jetzt auf jeden fall rauchen und schreibt doch mal in die kommentare was ihr noch heute macht und dann sehen wir uns demnächst mit neuen videos bis zum nächsten Mal